Ich habe jetzt auch einen Fortnite Creator Code, Team Gaby, wenn ihr mich kostenlos supporten wollt, unterstützt mich mega und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu der neuen Staffel Lamas öffnen, ja wir öffnen heute 5 Upgrade Lamas und ich freue mich schon richtig auf diese Staffel, die ist richtig richtig geil und bevor das Video losgeht, unterstützt mich doch gerne als Creator, das ist egal ob ihr im normalen Fortnite Shop was kauft oder hier die Lamas kauft, einfach die Lamas kauft, ich möchte ein Game eingeben, annehmen, das wäre mega nice, würde mich sau unterstecken und ich habe heute schon zwei geöffnet tatsächlich, ich würde sagen, dann fangen wir mal an, wir sehen jetzt hier was wir da so drin kriegen würden, ist alles jetzt nicht so toll außer die Tickets, weil die kann ich gut gebrauchen hierfür und dann würde ich sagen, fangen wir mal an und öffnen das erste, das erste Lama, ich bin mal gespannt, ich werde das, oh das geht sogar direkt so durch, interessant, wir haben einmal einen Schrottflinten schützen bekommen, ja den brauche ich jetzt nicht unbedingt, also das kann ich alles in die Sammlung packen, wenn ich es noch nicht da drin habe, äh, ja eine Deagle ist es glaube ich, ja, 50 Tickets, mega nice, die brauche ich unbedingt, ich habe jetzt 491 einfach und noch einen Überlebenden, klären zum zurückschicken, ähm, kann ich wohl alles nicht irgendwie reinpacken, guckt euch das, so, und fertig, dann kann ich das hier nämlich gleich wegschicken, weil, wenn ich es nicht in die Sammlung tun kann, brauche ich es nicht, so, da öffnen wir jetzt das zweite, Oh, es ist Silber geworden, es ist Gold geworden, als wenn, das fängt ja schon richtig gut an, das wird jetzt auch direkt durchskippen, ich habe nichts gemacht, Leute, ich habe nichts gedrückt, geil, Egal, ja, ist halt dieses Standard-Kram, kann man, steht hier eigentlich, ob man das, ja, okay, gut, was, ach, ich habe einen EP-Bus, jetzt halt 50 Stück davon, 50 Tickets, auch nice, dafür wird es auch noch ein Video geben, ja, ah, eh, brauche ich jetzt halt nicht, ich sammle halt nur die goldenen Sachen, den Rest würde ich alles wegschicken, nice, öffnen wir mal das dritte, wärmer, Das ist ein normales, das habe ich auch sehen, einmal gedrückt, aber, pff, wieder 50, mega nice, finde ich saucool, ähm, ja, sonst noch 800 XP für die Helden, das ist auch immer geil, nehme ich mit, ja, und den Rest brauche ich eigentlich nicht, ähm, das ist das vierte tatsächlich, Oh, es ist Silber geworden, es wird aber nicht Gold, ja, vielleicht kriegen wir noch eine goldene Sache raus, mal schauen, ah, schade, leider nicht, leider nur das epische bekommen, Ja, ich kann euch das einmal anschauen, ist jetzt nicht so die Sachen, die ich brauche, das hier ist das, das ist richtig nice, dass ihr die Tickets immer 50 Stück da drin gebt, Ah, halt alles noch, so Standard halt, ne, also da kann man nochmal gucken, weil das könnte man sogar vielleicht brauchen, den Überlebenden in den Episch, Ich glaube, jetzt öffnen wir sogar schon das fünfte Lama, ja, jetzt öffnen wir das letzte Lama von diesem Video, es wird noch mehr Staffeln geben, also, keine Sorge, ähm, Ich finde es aber immer gut, wenn wir fünf Lamas in einer Folge öffnen, ich glaube, das lohnt sich auch, Ah, ah, Out, ah, okay, die ist eigentlich ganz nice, wo das Team legendär geht, weil die braucht echt zu spielen, Da habe ich damals beim Anfang, wo ich angefangen habe zu spielen, habe ich die mal gespielt, ähm, ja, noch ein paar normale hier, ne, Also, das war auch in Battle Royale eine geile Waffe damals, also, ich möchte tatsächlich sagen, ich weiß nicht, wie eure Meinung so ist, Ähm, und die normale, äh, Pumpgun, die vermisse ich tatsächlich, ich finde, die Kampfschrift wird jetzt nicht so geil, Tickets wieder, und, ja, noch einen Helden, brauche ich nicht, Und das war es auch schon wieder mit diesem kleinen Mini-Video, die Videos gehen nicht so lang, aber sie sind sehr lustig und machen echt Spaß, Wie gesagt, unterstütze mich gerne als Creator im Fortnite-Shop, egal ob hier oder woanders, Und, ähm, ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, bis dann, und ciao!